Viele Leute haben Probleme mit der Vignette wegzunehmen, weil sie es mit den Fingernägel oder auch mit dem Heissluftfön. Aber das ist alles viel zu kompliziert und zu aufwendig. Darum zeige ich Ihnen jetzt, wie es am einfachsten geht. Mit normalen Vignettenkratzer, mit Rasierklingen oder ein Glas Keramikschaber. Darum geht es ganz einfach. Was sie noch brauchen, ist ein bisschen Wasser und eine Lupe, um den Leim zu entfernen. Das erste Hündigap ist einfach die österreichische. Die klebt extrem gut. Keine Ahnung, was die für Leim nehmen. Also die müssen nicht am Leim sparen, so wie es aussieht. Am besten einfach ein bisschen anlösen und dann die ganze Zeit wegziehen. Jetzt legt man einfach recht Wasser. Hier ein bisschen gut anfüchten. Und dann mit Rasierklingen kann man den ganz einfach entfernen. Und dann kann man es abtrocknen und schon ist es schliepenfrei. Die Schweizer Vignette ist ein bisschen einfacher, als wir Schweizer alt sind. So, dann nehmen wir wieder die normale Vignette Schaber. Und am besten ist nicht einfach nach oben, da bringen sie sie nicht weg. Am besten ist mit Wellen quasi links nach rechts. So, mit Wellenbewegung bringen sie die ganz einfach weg. Dann einfach ein bisschen drüber. Jetzt noch ein bisschen hier. Und jetzt geht sie nicht weg. So, und schon ist das schliepenfrei. Mit simple Materialien ist es ganz einfach. Und nicht vergessen, bis am 1. Februar muss sie drauf sein. Jetzt gibt es eine Buss. Und da haben wir noch Pünktchen, da kann man sie auch schön gerade sauber, gerade ankleben, meine angetreuen, ihrem Mann wird zu danken. So.